Jo Leute, was geht aber herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Video und heute zeige ich euch mal einen Trick, wie ihr den coolsten und teuersten Wagen aus dem ganzen Spiel kriegt. Und zwar, der steht immer an einer ganz bestimmten Stelle und der kostet normalerweise eine Million Euro und ich habe mal diese Stelle hier auf der Karte markiert, wie ihr schon seht. Warte, ich zeige euch mal kurz, wo das ist. Das ist hier unter diesem T-Shirt-Laden da. Hier ist so eine Nebenstraße und kurzer drüber steht der. Also ich habe meinen schon bekommen, den kann ich euch gleich auch in meinem Anhang zeigen. Mal gucken, ob der jetzt nochmal steht, aber die Chance ist eigentlich nicht so hoch. Aber wir gehen auf jeden Fall mal nachgucken, aber erstmal hier einen Unfall bauen. Und hier steht, hier steht, hier steht der Bugatti, Freunde, der Bugatti steht hier. Auf jeden Fall kostet er normalerweise eine Million Euro und hier könnt ihr ihn halt als einzige Stelle in GTA 5 finden. Ja, und das ist eigentlich auch das schnellste Auto, da bin ich schon mit gefahren, ich kann es euch jetzt nochmal zeigen. Sekunde. Hoffentlich mache ich ihn jetzt nicht kaputt, Alter. Auf jeden Fall ist der richtig geil, sieht auch cool aus und kann man enttunen, was auch immer. Und naja, ich hoffe, ihr werdet Spaß mit dem Auto haben. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, beziehungsweise gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ja, dann sieht man sich im nächsten Video. Haut rein!